Moin lieben Sportfreunde, euer Gerky Amstad. Willkommen hier auf dem Tempel Oberfeld in Berlin. Ich habe für euch wieder fünf geile Übungen mitgebracht. 45 Sekunden Belastung, ein schönes Bodyweight Workout. Ihr braucht keine Gewichte, ihr könnt das gleich zu Hause nachmachen. Ich erkläre euch kurz die fünf Übungen und dann gehen wir Gas. Wir kommen zur ersten Übung, wir machen Burpees, eine Art Boxsprung, dann gehen wir in die Beuge runter, in die Liegestützposition und dann wieder die Beine anziehen, wieder hoch in den Boxsprung und ich mache das Ganze mal vor, das heißt wir springen hoch, gehen runter, Beine nach hinten, Liegestützposition und wieder hoch. Zack, 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 zack. Eine schöne Kraftausdauerübung, wo der ganze Oberkörper mit drin ist und gleich 45 Sekunden Burpees als erste Übung. Zweite Übung, ein Unterarmstütz, wo wir die Knie seitlich ranziehen, ein sogenannter Spider-Man Plank. Wir gehen in die Unterarmstützposition, gucken wir nach Verlängerungswirbelsäule, Korbereich, Bauch, Beine anspannen und jetzt einfach gucken, dass wir seitlich die Knie ranziehen. Eine tolle Übung hier, vor allem auch für die Bauchmuskulatur und für den Korbereich. Gesäß bleibt unten, nicht hoch gehen und hier schön seitlich ranziehen, schön mit der Spannung arbeiten. Die dritte Übung ist eine sehr, sehr gute und wichtige Übung für den unteren Rücken, vor allem für den Rückenstrecker. Hierfür legen wir uns auf den Bauch, strecken Arm und Beine. Und jetzt müssen wir einfach im Endeffekt mit den Armen und Beinen gleichzeitig hochgehen, schön die Spannung hier unten in den unteren Rücken reinbringen. Kurz halten, ein, zwei Sekunden wieder runter und das Ganze dann 45 Sekunden. Schöne Spannung halten, Hintern hier schön fest und vor allem die Oberschenkel und untere Rückenmuskulatur wird hier schön beansprucht. Immer zwei, drei Sekunden die Spannung schön halten und ihr habt eine sehr, sehr geile Übung für den unteren Rücken und für den Hintern. Ich erkläre euch kurz die vierte Übung, eine schöne Übung für die Bauchmuskulatur und zwar machen wir eine sogenannte Beinschere. Dazu legen wir uns die Rücken, jetzt strecken wir die Beine, schön ein bisschen über den Boden, so 10 cm, gehen jetzt ein bisschen Oberkörper hoch, heben die Schultern an und machen eine Schere. Wir lehnen uns immer leicht zurück, einfach, dass wir eine schöne Bauchspannung haben und kreuzen vorne schön die Beine. Immer darauf achten, ihr reguliert sozusagen die Bauchspannung, indem ihr die Schulterblätter ein bisschen anhebt und so eine Art Crunch macht. Die fünfte Übung ist eine tolle Übung, vor allem für die Oberarme, für den Mitwinker, für den Trizeps, ein bisschen die Brust wird belastet. Wir machen einen sogenannten Diamond Push-Up. Diamond, Diamant, weil wir die Handflächen zu einem Diamant sozusagen formen und dann gehen wir so in die Liegestützposition. Auf Höhe der Brust setzen wir jetzt die oder setzen die Hände ab, die Handflächen, gehen in die Push-Up-Position und gehen jetzt hier schon runter und drücken uns hoch. Hier haben wir mehr Belastung auf den Trizeps, auf den Arm anstatt auf die Brust. Und wenn ihr Anfänger seid oder Beginner, könnt ihr natürlich auch diesen Push-Up erst auf den Knien machen. Dann wird es ein bisschen einfacher. Könnt ihr euch hier schön hoch drücken. 45 Sekunden Belastung. Wie ihr wisst, haben wir wieder 45 Sekunden Belastung pro Übung, 15 Sekunden Pause immer dazwischen. Vorher, ganz wichtig, einen großen Schluck trinken und dann machen wir einen Warm-Up, dass wir ein bisschen warm werden, dass die Gelenke aktiviert werden, dass der Organismus anspringt. Und dafür machen wir jetzt 45 Sekunden sogenannte Ice-Scaler. Und 45 Sekunden Warm-Up ab jetzt. Das heißt, wir gehen hier schön raus, Hände hoch, wie so ein Schlittschuhfahrer in den Ausfallschritt. Nach hinten, diagonal und schön runter. 45 Sekunden Warm-Up macht euch schön warm. Ganz wichtig, immer nicht vergessen, dass Warm-Up vor den eigentlichen Übungen und Gas geht. 20 Sekunden noch und weiter geht's. Hängt, wie gesagt, bei den Olympischen Spielen dabei. Motiviert euch ein bisschen. Vollgas. Und die letzten 15 Sekunden noch mal schön warm machen. Perfekt. So, wir sind noch vorbereitet. Let's go. Wir runter und durch. Fahrer hochspringen. Runter. Wir sind runter. Und springen. Und Vollgas. 50 Sekunden. Kommt. Gas geben. Gibt's alles. 5 Minuten nur. So, wir starten jetzt. Let's go. So, wir starten jetzt. Schön, die Bauchspannung. Oberschenkel. Bauchwünsche und Fiss. Spannung reinbringen. Und durchpoweren. Kommt. Sieht durch. Immer nur wenige Sekunden. Ab und weiter geht's. Vollgas. Noch mal 50 Sekunden. Halb die Spannung. Vorbereit ist fest. Bauch hinter. Schlafen. Und. Und. Und halten. Und ab. Immer so 2-3 Sekunden Intervalle. Und ab. Halten. Senken. Spannung schön reinbringen. Senken. Macht schön den Hintern fest. Macht die Oberschenkel fest. Die Schultern sind auf Spannung. Und wieder ab. Senken. Schöne Spannung rein. Wenn ihr's könnt, haltet ruhig ein bisschen länger oben. Ja. Nehmt es als Challenge. Es wird nur 45 Sekunden. Kurze Intervallpausen dazwischen. Und die Spannung wieder halten. Letzte Sekunde mal schön. 15 halten. 5, 4, 3, 2, 1. Und. Perfekt. Ah. Da merkt ihr richtig, wie das den unteren Rücken und den Hintern geht. Ich starte die 45 Sekunden. Let's go. Beine anheben. Und schön Schulterblätter anziehen. Und Bauchspannung rein und durchziehen. Beine schön zur Schere freuzen. Spannung halten. Schön durchballern. Anstrengend. Vielleicht mit die härteste. 45 Sekunden. Spannung schön drinnen lassen. Komm. Und schön durchziehen. Beine hier schön über und untereinander. Wie eine Schere bewegen. Und Spannung bringen lassen. Ich steuere das mit der Höhe der Schulterblätter. Und. Gleich haben wir noch 10 Sekunden. Jetzt ziehen wir noch durch. Spannung halten. Für starke Bauchmuskeln. Und die letzten 5. 4, 3, 2, 1. Und perfekt. 5, 4, 3 Sekunden. Und let's go. Noch mal was. Für die Arme mal. Schön durchballern. Das geht jetzt beanspruchen. Auch der Bauch. Die Oberschenkel sind fest. Geht schon tief runter mit der Brust. Die Handflächen sind auf Brustbein höher. Und schön auf den Trizeps rausdrücken. Für Anfänger. Könnt ihr natürlich auch auf die Knie erstmal gehen. Den einfacheren Push-Up machen. Aber wir ziehen jetzt durch. Und noch mal 15 Sekunden. Letzte Übung. Letzte Sekunden. 5 Minuten Power-Walk-Out. Zieht nochmal durch. Ich kann mal alles vorgegeben hier. 10. 1. 7. Super gemacht. Schön durchgezogen. So muss es sein, 5 Minuten Power-Workout, liebe Sportsfreunde, ja, immer schön durchballern. Denkt daran, es sind 5 Minuten, kurze Pausen und ihr seid wirklich kaputt, ja. Wenn ihr fortgeschritten seid, probiert natürlich noch irgendwie einen zweiten Satz, aber in der Regel sollten euch die 5 Minuten reichen, um vielleicht zwischendurch mal ein schönes Workout zu machen, wenn ihr unterwegs seid oder zu Hause. Ich kann euch nur empfehlen, schaut nochmal bei meiner Fitnessanleitung vorbei, dort könnt ihr nochmal alle Basics zum Thema Fitness und Ernährung lernen, ihr merkt schon, wir fehlen die Worten, das ist hart. Dementsprechend guckt vorbei, in der Infobox findet ihr alles dazu, macht das Workout nach, erzählt es euren Freunden und Verwandten, dass sie auch schön fit bleiben und in dem Sinne bis dann, haut rein, Holger, okay, ciao.